So, wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Altcoin-Analyse hier auf meinem Kanal. Heute ist Dienstag, Dienstag ist Litecoin-Tag und wir fangen auch sofort an mit der Analyse. Übergeordnetes Chartbild, Tagestimeframe, schauen wir uns das Ganze mal an, auch für die ganzen neuen Zuschauer hier auf meinem Kanal. Übergeordnet gehe ich davon aus, dass wir hier bei Litecoin den Boden drin hatten, bei 40 US-Dollar. Wir hatten danach eine schöne Seitwärtsphase, wo wir uns aufgeladen haben. Der Markt ist auch hochgegangen dann. Hat hier eine bullische Struktur aufgebaut, aber die Leute, die hier auf meinem Kanal sind, die haben das schon vom ersten Litecoin-Video mitbekommen. Wir hatten hier dann ein B-Korrektur-Level angelaufen. Dieses lag bei 73,35 US-Dollar bis runter zu 62,22 US-Dollar. Der Markt hat dann auch hier wunderschön rausreagiert, hat hier ein neues High gebildet bei 115 US-Dollar. Aber wir haben das 100er Extensions-Level nicht überschritten. Das lag bei 130 US-Dollar. Somit habe ich auch im ersten Litecoin-Video zu Litecoin dieses Level hier eingezeichnet. Ein mögliches Alternativ-Szenario, dass der Markt eventuell die ganze Aufwärtsbewegung von 40 Dollar bis hoch zu den 115 US-Dollar komplett korrigieren könnte. Dieses Alternativ-Szenario liegt bei 77,79 US-Dollar bis runter zu 65,27 US-Dollar. Es ist ein mögliches Szenario und dieses Szenario würde sich bestätigen, sollten wir hier nicht mehr Bullish aufbauen. Stand jetzt sind wir hier seit knapp zwei Wochen in einer Seitwärtsphase. Der Markt darf das hier machen. Das ist das attraktivste Kauflevel der Bullen, das 66,7 US-Dollar. Das liegt hier bei 81,7 US-Dollar. Wir befinden uns knapp drüber. Was ich aber zeigen wollte ist, was meine These bestärken würde, dass wir eventuell hier in dieses Alternativ-Szenario reinlaufen könnten. Dafür gehen wir nochmal auf den Tagestimeframe. Und zwar gucken wir uns das an. Wenn wir jetzt hier von diesem Low nehmen, ja vom Februar oder vom März 20 und ziehen uns unser Fibonacci nach SK-System. Da sehen wir, der Markt hatte hier in dieser Phase, wo wir hier diesen großen Abverkauf hatten, hat der Markt das 88,2er unterschritten und hat es hier viele Monate lang als Widerstand gehabt. Wir sind hier kurz drüber ausgebrochen, sind danach nochmal tiefer gefallen. Und bis wir dann den endgültigen Bruch nach oben hatten, wo wir dann den Bereich hier nochmal kurz unterschritten hatten, dann aber auch hier dann der endgültige Ausbruch nach oben kam, über dem 88,2er, das ist diese rote Linie hier unten. Dann hatten wir einmal den Retest vom 88,2er, hier ein zweites Mal ganz knapp bei 70 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt das hier anschauen, die rote Linie im Kopf behalten, sehen wir, dass wir hier, dass die rote Linie genau in meinem Alternativ-Szenario verläuft und knapp oberhalb des gelben Ziellevels von der gelben bärischen Sequenz, die nach wie vor aktiv ist, ja, die läuft nach wie vor. Also es könnte sein, ja, ich sage nicht, dass es passieren wird, ja, aber es könnte sein, dass der Markt hier wirklich das 88,2er nochmal antesten will, wird und dieses Low rausnimmt und dann dadurch ein neues Low übergeordnet, ja, das ist der Tagestimeframe, neues Low bildet und danach die Rakete nach oben zünden kann. Sollte der Markt hier raus reagieren aus seinem weißen Level, ja, wie gesagt, es ist möglich, wenn sich der Markt jetzt hier aufbaut, bullisch aufbaut in seinem Trendwendebereich hier, dann kann es auch sein, dass wir von hier aus nach oben schießen, Ziellevel von dieser weißen Sequenz, wo auch aktiv ist, ja, aber mir gefällt dieses leichte Higher High nicht, ja, ihr wisst es, das hätte hier das 100er anlaufen sollen, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz liegt das Ziellevel bei 170 bis 195 US-Dollar, sollte der Markt hier raus reagieren, dann wäre das das Ziellevel, sollte der Markt ein neues Tief bilden im Vergleich zu diesem Tief und hier in diesem Bereich gehen, ja, der Markt kann auch dieses Tief hier noch komplett rausnehmen, korrigieren bei 65 US-Dollar, ja, da können wir uns das mal anschauen, wo uns das hinbringen würde, sollten wir tatsächlich hier ein neues Tief bilden, also dieses Low rausnehmen bei 65 US-Dollar, könnten wir uns das anzeichnen und dann würden wir gucken oder sehen können, wo uns das hinbringen könnte und ihr seht es dann, wären die Ziellevel knapp oberhalb von diesem jetzigen Ziellevel, ja, bei 185 bis 213 US-Dollar, also es wäre auf jeden Fall, egal ob wir jetzt von hier aus nach oben den Bounce kriegen oder nochmal etwas tiefer gehen, wir hätten dann auf jeden Fall eine Verdoppelung, eine Verdreifachung in den nächsten drei Monaten, halte ich für sehr realistisch, nur der Markt muss halt jetzt dann liefern, das ist aber so wie mit vielen Altcoins, alle müssen liefern, nichtsdestotrotz, der Markt läuft hier wunderschön in seinen bärischen Strukturen, ich habe ja den Markt hier oben geshortet, ja, habe dann hier meinen Take Profit gehabt, Glückwunsch nochmal an alle, die den Short mitgenommen haben, wenn andere als andere Bullish waren, wegen dem Halving, bei Leitgenau, ich habe gesagt, Leute, passt auf, ich würde nicht long gehen, ich habe den Markt geshortet, ja, habe wunderschöne Profite mitgenommen und jetzt kommt es halt darauf an, was macht der Markt jetzt hier in diesem Bereich, wo er sich jetzt auffällt, in dem Bereich, machen wir es ein bisschen größer, Timeframe verkleinern, so, in dem Bereich von 82,2 Cent bis runter zu 81,14, US-Dollar nicht Cent, sollte der Markt sich hier Bullish aufbauen, ja, er hat schon alle Levels abgegriffen, das 66,7 hat er schon genommen, rausgenommen, er kann sich jetzt natürlich hier Bullish aufbauen, aber, wenn er das Low hier rausnimmt, bei 79 US-Dollar, dann geht es nochmal eine Etage tiefer und dann wird dieser Bereich hier, dieser übergeordnete grüne Bereich, mein Alternativ-Szenario, wird relevant, müssen wir schauen, gucken, wie sich der Markt hier entwickelt bei Litecoin, erstes Level, wo wir dann beobachten müssen, was nach oben hin genommen werden muss, wäre hier das GKL von der roten Abwärtsbewegung, wo wir hier hatten, hätte man auch wunderschön shorten können, in diesem Bereich hier, wunderschönes Ziel-Level getragen, ich sage ja, es müssen nicht alle Märkte nach oben laufen, nur weil Bitcoin seitwärts läuft oder so, alle Märkte differenziert, genauso wie Link, Link shorte ich seit Wochen, ja, Chainlink, läuft auch wunderschön nach Struktur, so, also dieser Bereich hier oben bei 87,6 Cent bis 97,6 Dollar bis hoch zu 90 Dollar, wird interessant, das müssten wir rausnehmen für die Bullen und dann übergeordnet dieses Level, das BC von der gelben übergeordneten Bearition Sequenz bei 91 Dollar bis hoch zu 93,43 US-Dollar, die Levels müssten wir rausnehmen, da könnten wir sagen, okay, die Bären haben den Kampf verloren, beziehungsweise die Bullen haben hier das attraktivste Kauflevel genutzt, um den Markt zu stabilisieren und dann nach oben zu schießen, aber wie gesagt, sollte das hier fallen, die 79 US-Dollar sehe ich den Markt tiefer und wie gesagt, für die Leute, wo hier Litecoin fürs HODL-Portfolio, dieser Bereich um die 70 Dollar bis runter zu 65 Dollar ist, wäre ein guter Zeitpunkt, in meinen Augen, falls wir so tief gehen, für ein Lucky Punch fürs HODL-Portfolio nachlegen, das wird aber noch ein paar Wochen dauern, ich werde dich aber auf jeden Fall dann jede Woche updaten, jeden Dienstag Litecoin-Update und ich würde sagen, das war es dann, Tages-Time-Frame, wie gesagt, dieses Level hier, potenzielles Long-Level, aber sieht für mich nicht wirklich gesund aus, aber man kann es nutzen für ein Long, wenn man es probieren will, ich mache es nicht, ich habe andere Märkte, wo für mich schöner laufen, aber wie gesagt, übergeordnet sind wir hier beim 66,700, attraktivste Kauflevel der Bullen, internes, bullisches Trend-Level angelaufen hier, das gelbe hier, es kann sein, dass wir hier raus reagieren, wenn wir es nicht hier schaffen, dann geht es nochmal eine Etage tief vor meinen Augen und ich würde sagen, jetzt war es das mit einem Update-Video, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, heute Abend kommt nochmal Bitcoin und Ethereum und wenn dir dieser Content gefällt, dann lasst doch gerne das kostenlose Abo da, ein Kommentar, ein Like, würde mich und diesen Kanal unterstützen, dass wir wachsen und die 1000 in Angriff nehmen, wenn du dazu beitragen willst, mir helfen willst, unterstützen willst, dann mache es gerne, wenn nicht, dann gefällt dir mein Content hoffentlich trotzdem und du nimmst einen Mehrwert raus, auch wenn du nicht abonnierst, ja, ich kriege ja jede Woche die Zahlen von YouTube und ich sehe nach wie vor weit über 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, schade, aber naja, ist halt so und von daher, davon geht die Welt auch nicht unter, ich wünsche euch trotzdem allen einen wunderschönen Dienstag und bis später zum Update-Video, euer Joe, macht es gut. Ciao, ciao Leute. Ciao. Vielen Dank.